Okay, so, der 9. November war ja vor ein paar Tagen, da war ja viel los in Berlin. Uns haben sie dabei vergessen, aber das ist ja wurscht, wir sind trotzdem da. Ich habe einen Song geschrieben vor ein paar Jahren, der ja auch in meine 44 Jahre hier in Berlin gehört. 25 Jahre Mauerfall am 9. November 8, 9 und dieses Erlebnis, den wir in dem Tag hatten, zusammen mit unserem Schlagzeuger Roger da hinten und den beiden Frauen, die wir auch schon so lange kennen und noch länger sogar, haben wir folgendes Erlebnis am 9. November. Ich fuhr im Taxon. Der coole Mann, hörte den Radl, den Nachrichten, ich zum Fahrer, hey, mach doch mal laut, laut, der Quatsch da war vorn. Ich bin typisch어에, hey, mach doch mal laut, Não, Dipому Henri. Ich bin typisch. Ich bin typisch. Sie verliert den Baby. Ich renne in der Bar, traf Roger und Krause und auf meine Kleine, auf der Prick in der Drause. Dann gab ich's am besten, hey, die Mauer ist auf, ich lasse mir an und mein Öl. Jetzt du den Hunden drauf, oh yeah, ich hab' noch ein November, ich hab' noch ein November. Das ist ein bisschen, hey, ich hab' noch ein Mal. Musik Und am Haus in die eiskalte Nacht, in der mich jede Seele froh, alle hat sich auf den Weg gemacht, hin zum Brandenburger Tor. Musik Und überall her kamen die zusammen, hier tot in dem Leben und wie mit dem Mann, mit Hans die Geige, den Bugis und Co. Musik 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.